Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Der heutige Tag ist ein wunderbarer Übergang für Sie. Sie werden feststellen können, was Sie loswerden wollen, bestimmte Verhaltensmuster, alte Lebensmittel in den Schränken und alte Kleidung im Schrank. Sogar einige Beziehungen könnten sich als ungesund und nicht mehr zeitgemäß herausstellen. Sie können viel gewinnen, wenn Sie das Alte und Überholte aufgeben. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihres Lebens, trennen Sie sich von dem, was für Sie nicht funktioniert, und schaffen Sie Platz für alles Neue. Karriere Wenn Sie nach Mitleid oder einer verständnisvollen Schulter zum Ausheulen suchen, könnten Sie genauso gut nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Die Quintessenz ist, dass Sie bei Ihrer Suche nicht sehr erfolgreich sein werden. Im Großen und Ganzen sind Sie heute auf sich allein gestellt. Liebe Vielen Dank fürs Zuschauen! Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.